Fati, aufstehen! Jeder guckt, da kommt der nächste Asi rein. Ey, da zieht die Kamera, Udo! Ich hab mich gefickt. Guten Morgen, Fati. Quatsch, ich bin nackt, hallo, hallo, hallo! Geil! Gut geschlafen, Bruder? Ja, ich hab gut geschlafen, und du? Nein, Bruder. Warum nicht? Mit Fati, ich soll dir schöne Grüße sagen. Du, Bruder, gut geschlafen? Boah, ich hab super geschlafen, ja? Ohne Spaß. Ach so! Ja, es war auf jeden Fall sehr entspannt. Erster Tag im Tourbus. Eistrott, ich bin eingepennt mit meinem Schmuck. Ich wollte mich eigentlich in die Studie legen, ja? Komm, steh mal auf, yalla! Wir sind in Münster, gerade eine Tankstelle. Die Dirty Eggs-Statue ist hier vorne drin. Also, es tut gut, mal einfach zu laufen, nichts zu tun. Warum? Weil wir jeden Tag diese Scheiße sehen. Ich kann die Leute nicht jeden Tag ertragen. Ich muss auch mal ein bisschen die Straße sehen, ein bisschen Dinger hier bepflanzen und so. Was geht ab? Ludel Chris hinter der Kamera. Ludel Chris hinter der Kamera. Wir sind heute in Münster. Wie geht es zur Tankstelle? Naja, man, schnell. Aber schnell. Zu schnell, aber schnell. Eine damalige große Freundin von mir ist aus England zu Forty gegangen. Und da war so wie ein Chillraum in einem Studio. Und Forty war dann wieder am Chillen und sie läuft halt da rein. Und dann fragt sie den Forty, ey, kann ich einen Leiter haben? Und der so, wo will die hoch? Wozu braucht ihr den Leiter? Sagt der. Was geht ab? Wir sind hier beim dritten Tourblock von der Life is Pain Tour. Wir sind heute in Münster. Skaters Palace. Und es funktioniert gerade gar nichts. Aber das hindert uns nicht daran, dass wir in genau, also in zwei Stunden und 45 Minuten stehen wir auf dieser Stage und dann wird alles funktionieren. Mann, wie kennen wir alles? Hey, wo bist du eigentlich, wenn man dich braucht? Sag mal herrlich. Der Blog, man, ist zurück. Die Frage, die ich hätte. Ja, voll geil, ne? Eine Frage, die ich hätte. Wenn du gegen mich spielst, du hast keine Lust. Ich hätte nicht spielen. Ich sehe doch schon wieder Joystick halten. Forty! Backstage ist so geil. Komm runter. Zack. Zack. Creme ist auf jeden Fall sehr lecker. Was ist das denn? Ja, gemixt mit Menschen. Dann macht sie mal sowas. Weiß mich. Aus Rede. Wir sind aus Bochum heute hierher gekommen, ja? Wir kommen aus Bramsche. Ja, Bramsche aus Hamburg. Aus Münster. Aus Ostfeld. Aus Ostfeld. Auf PA. Jamul. Du? PA. PA Sports. Janusz. Ich denke mal auf Jamul, ja? Auf Jamul haben wir uns die ganze Zeit schon gefreut, ihn echt mal live zu sehen. Ja, Jamul. Boah, wir sind seit... 5 Stunden, oder? Ja, 5 Stunden. Wann erschien Kianus? Erstes Eil. 2012. Wie war PA Sports, erster Künstlermann? Äh, PA Lewis ist. Das ist richtig. BAM! PA Sports. Wann hat unser Superstar Joao Geburtstag? Wie hieß Joao? Jetzt erstes Eil. Erstes Eil. NBA. Das ist richtig. Korrekt. Boah. Krasch, ey. Boah. Bist du fertig, Kianus? Bruder, was ist das für eine Frage jeden Tag. Eine Frage, wer? Okay, ich bin Gastgeber, wir sind hier in Münster City, wir sind oben auf dem Palace-Dach. Ich hab hier früher Sozialstunden gemacht, ich hab die Bühne gefegt. Genau, und heute figg ich alle von der Bühne, so sieht's nämlich aus. Ja, gar nicht eigentlich, mein größtes Problem auf dieser gesamten Tour ist Kofferchaos. Das fickt mein Leben. Man muss alles fertig gepackt in einer Ecke stehen, wenn dem nicht so ist, möchte ich irgendjemanden ficken. Und Max verliert seinen Job. Dumm gelaufen. Machst du übernimmst ein paar Parts? Mach Overdose. Weißt du wie? Wie geht der Hook? Warte, ich mach nur Paff Paff. So. Ich hab die Sozialschule gemacht. Ich hab jemanden für die Bühne gefickt. Da rief nur ein Steffi vorbei. Ich war so am Facebook und dachte so, Mann, Mann, was ist der Chef? Er ruft sich so im Tor und sagt so, Ey, Mann, what the fuck are you doing here? Und dann kommt der Chef und sagt, ey, lass mal, der fickt die Bühne, der muss die Bühne ficken. Und ich denke mir, eines Tages, fick ich euch von der Bühne. Und heute stehen wir hier mit uns. Fick ich euch von Klau. Und ich denke mir, kommt der Lerker. Ladies! Männer! A-Hur! Die Feierung, die Blutzen, die auch die Kalaubwecks und die Flüge vorweg. Und... Ich war noch so, ja. Und wir haben nur Scheiße gebrochen. Ja, ich hab mich von der Jungs gebrochen. 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 da bin ich von der Jungs gebrochen. Jetzt hieß es so, Jaa, kaput! Dann noch ein bisschen eine Schmuck. Wenn ein Affen hier nicht in die Flügel ist, kann ich nicht auf der Runde gehen. Bei der Dunkel geht es am Ende wieder. Du hast dich mit mir, wenn du dich schmuck. Ruf nach vor der Polizei, dann die Kastelt voller. Ey, hey, 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 hey. Ich bin ein Po, 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 ich bin ein Po. Nächste Zeit, ich bin ein Po, ich bin ein Po, ich bin ein Po, Ich bin ein Po, ich bin ein Po. Ich bin ein Po, ich bin ein Po, ich bin ein Po. Wer ist es? Juga! 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 Die Show? Bruder, Bombe. Bombe. Unnormal. Geisteskrank. Hammergeil! Geil! Bruder, Gänsehaut. Ich hatte überall Gänsehaut. Die Show? Krass! Weißt du, was ich jetzt mache? Ich geh jetzt durch. Sajdeh. Alba, ich geh jetzt eigentlich durch. Ich hab's heute abgeräumt. Sport mit Docker. Minimum sieben Stück. Coach. Mehr! Zwanni! Achtzehn, neunzehn, neunzig. Wer hat es für ein Stück gemacht? Ja, aber es ist wirklich hart. Leck, ich schaffe nicht mal drei. Du musst drei Stück schaffen. Das ist krass. Wie viel gehst du schon mal? Tschüss! Rot. Rot. Pizza. Pizza! Meine Frage wäre, machst du Diät oder wie sieht das aus? Die Jungs alle auf Pizza. Ich trinke so viel Bier. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass man hier ein bisschen mit Salat über die Runden kommt. Aber ich esse wie ein kleiner Hund mit Löffel esse ich diesen Salat. Was ich da warte. Die Menschen bei euch noch was weiter. Danke für diese Motivation. Danke für diese Liebe. Niemand weggeklatscht, Bruder? Nein, Bruder. Heute, Alhamdulillah, nicht. Ich will einmal dabei sein. Wir sind gerade mit dem CEO. Es war ne miese Show. Ey, Skater Palace, mitten in Münster. Was ist der Warra Kameramann? Wo geht's hin jetzt? Nach Berlin. Wir brechen die Tour ab. Warra meinte, er ist müde. Ich übernehme. Ja, drinnen. Kamera aus. Tschüss. Wir können fahren. Ja, was auch. Ich merke die Unterschiede, wie es sich anfühlt. Bruder, gestern waren mehr Leute, aber weniger Stimmung. Heute waren weniger Leute, aber Stimmung war krank. Alle haben trinken gewesen, freitags. So. Angesperrt. Schaut aus, die Gänse aus. Super, Alter. Alles, ja. Weil ich so dankbar bin, für einfach arke Leute. Das ist krank. Was hättest du? Bruder, von nichts. Ja, von Müll. Werte, das. Von Müll, komm. Wärme, ey. Wärme, ey. Ja, die Sport macht einen Step ins Geschäft, ey. Money talks, keine Checks oder Handchecks. Royal Lock, nicht vom Stars, wie ihr Cent, mate. Komm in den Porsche, in den Rolls oder Bentley. Drück auf die Karte, die Bonn, we do it that way. Louis Vuitton, Dior über ein flat rate. Der Sugatong ist voll mit Money Stecks, ey. Wie am Ressourcen, shorty, life is fancy. Ich schande, ey. Stecks, ey. Siet,ipse, heute, 내일 in. Vielen Dank.